so halli hallo hallöchen zusammen rupee hier schön dass ihr wieder reinschaut ihr wisst ich blick gerade zurück auf das jahr 2010 zu mit doch den ersten actionfiguren zu rach und leicht gemacht welche fast food kette in ihre kids mails mit reingelegt hat hicks und ohne zahn haben wir bereits angeschaut gefolgt von astrid und storm pfeil jetzt ganz schnell hier mal harten zahn angeschaut ob das licht noch leuchtet vielleicht habe ich glück ja im allerersten video habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt das soll ich jetzt hier nicht noch mal wiederholen ich habe hier alles noch original verpackt in den originalen tüten wie ich damals bekommen habe was haben wir denn hier drin hier haben wir wieder dieses bei heftchen wir haben hakenzahn und die flügel die sind ja auch noch original verpackt dann lasst uns mal auf das ding hier gucken überlegt euch mal extra noch mit einem karton hinterlegt in der tüte drin der wahnsinn das war die aller allererste serie die ich bei mcdonald's abgegriffen habe wahrscheinlich waren das nicht mal die für deutschland gedachten sondern vielleicht aus england oder usa ich kann es euch nicht sagen denn ich habe mir mittlerweile angelesen dass die geschichten hier in deutschland ein bisschen anders ausgesehen haben wenn man sich gleich als erstes abgegriffen hat so viel zum thema auch das nett gemacht mit dieser buchschließe hier am rand ich öffne das mal hier seht ihr schon harten zähnchen hinten hat so ein knopf drauf und der leuchtet dann sowohl im maul als auch hier im brustbereich und er kann hier was auch noch mit flügeln wackeln aha okay noch nie probiert dann haben wir hier noch ein kleines rätsel auch hier seht ihr alles in englisch ne ja vielleicht hat meine filiale seinerzeit nicht rechtzeitig die deutsche ausgabe bekommen und hat dann halt die dinger hier gekriegt und vertickt ich kann es euch beim besten will nicht sagen aber ich freue mich auf jeden fall dass ich die habe so hier auf der seite auf der schließe seht ihr dann immer die lösung ja ganz leicht ist ja klar auf der rückseite haben wir hier noch mal den monstrous nightmare den riesenhaften albtraum sprich hakenzahn drauf und vorne rot sie so sieht es aus liebe zeit leute lang ist her gleich wieder zu machen das büchlein so dann haben wir hier die flügelis hallo flügel von hakenzahn auch die wurden wieder gekontert moment das ist die rückseite das hier ist die vorderseite haben sie nur einfarbig rot gepresst ist exakt genau das gleiche muster auf beiden halt spiegel verkehrt ne so flügel sind sie natürlich viel zu klein ist ja klar aber auch hier sieht man schöner kräftiger flugarm mit schuppen finde ich klar sogar hier noch eine spannhau dazwischen bohr pfeift euch das rein ne dann sieht man auch die flügelrippen bisschen von dem muster sieht man auf der vorder und auf der rückseite natürlich auch noch entsprechend stempel ja die kralle hier ist auch noch zu sehen die müssen wir anstecken aber auf was ich natürlich jetzt wahnsinnig gespannt bin ist unser hakenzahn und auch die figur ist relativ groß steht er ja steht wie eine 1 haki hat hier nämlich eine länge wenn ich so messe von 17,5 knapp 18 cm wenn ich das hier so schräg messe komme ich auf 19 sogar ne hammer ja ihr seht schon das kerlchen wurde transparent gegossen also so ein durchsichtiges rot man sieht das ganze innenleben man sieht die schrauben man sieht auch den kopf beziehungsweise die augen die sind auch transparent pupille ganz schmale schwarze pupille hat er auch noch gekriegt die zähnchen haben sie wieder in so creme bemalt und die hörnchen hier hinten schwarz wahnsinn nobel zwei reihen mit flammenstacheln die hier über den rücken gehen und hier auch dieser gegabelte schweif also ich kann es immer wieder sagen für eine für eine happy meal beigabe ist es echt aufwendig ja so und hier habe ich einen schalter für die batterie hier ist übrigens ein batteriefach drin kann man aufschrauben und die knopfzelle auswechseln ja bei meiner figur kann man das hier wunderbar öffnen so dann haben wir hier einen schalter zum ausschalten zum anschalten und das steht die ganze zeit auf an ach du liebe zeit bin mal gespannt ob der noch leuchtet ich drücke das mal hier nach vorne und er leuchtet noch oh gott ganz schwach geht wieder aus gott er leuchtet noch ich schmeiß mich weg warte mal ich muss das licht ausmachen das ist ja wahnsinn leute neun jahre das ding unerleuchtet wow wie cool also wie schon gesagt das licht bleibt nicht an es geht gleich wieder aus aber es ist ein geiler effekt wow okay ich kann es euch nicht sagen ob das licht dauernd geleuchtet hat als die neu war ihr seht es scheint hier auch ein bisschen durch die augen noch durch das sieht toll aus in feuer drachen oder das ist ja der hammer also ich muss immer wieder das hebliche nach vorne legen damit hier haki leuchtet die kamera steht auch nicht richtig scharf weil sie auch gar nicht weiß wo sie hingehen sollen so geht es ein bisschen jetzt noch die augen seht ihr die schwarze pupille die hier ein bisschen durchleuchtet das ist ja klasse super auch mensch ich freue mich so licht wieder an und aber ich sagen schauen wir uns doch mal die details an also die augen hier kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen wartet mal sieht man schwarze ganz schmale pupille auch hier die typischen augen mit diesen zipfeln die hier noch hoch stehen dann auch hier nette skulptur was die schuppen hier an betrifft man sieht die nasenlöcher des hirnchen hier vorne das innenleben die zunge hier die ich eher ein bisschen ja orange wahrscheinlich weil das material da noch ein bisschen dünner ist weiß ich auf jeden fall einfarbig rot gegossen die zähnchen haben eine unterschiedliche größe auch hier unten sieht man das also das haben sie schon echt gut gemacht muss man sagen für eine meckes figur hallo die hörnchen haben eine struktur sind so unterteilt das gefällt mir natürlich angelegt damit nichts abbrechen kann dann seht ihr auch die vielen feinen schuppen die sich hier vom kopf über den hals ziehen dann auch die flanke entlang hier sieht man eine schraube hier werden die flügel eingesteckt das machen wir gleich dann auch die schuppen hier über das bein drüber hinten noch ein paar stacheln dran die krallen hier vorne es kommt schon richtig gut und die schrauben kann man hier sogar verzeihen das so eine spielzeugfigur für eine ganz billige spielzeugfigur gut gefallen mir auch die stacheln wie sie das hier gelöst haben natürlich die haben sie nicht einzeln gemacht weil die würden euch sofort abbrechen von dem her haben sie nur einfach so ein bisschen geprägt damit die ein bisschen so raus kommen aber zwei reihen und auch eine andere schuppen anordnung in der mitte die hier über den rücken läuft das ist super cool find's auch toll dass sich der schweif hier noch ein bisschen schlängelt das ist doch klasse gemacht hier der an und aus schalter links ist 0 rechts ist 1 dann hier das hebelchen wo ihr drücken könnt nach vorne leuchtet und nach hinten glaube ich bewegen sich dann irgendwie die flügel auch ich kann mich jetzt aber auch täuschen wir werden es ja gleich sehen ja und unten auch einfach breite schuppen aber das sieht klasse aus leute ich freue mich so dermaßen dass der noch leuchtet boah haki nach zehn oder mindestens neun jahren das ist so irre ich sage deshalb zehn jahre weil vielleicht die vor produktion ja auch noch ein halbes oder ein ganzes jahr lief denn die figuren liegt halt auch noch entsprechend auf lager bis sie ausgeliefert werden also so viel dazu ich bin ja auch total begeistert wie er steht unser haki gut dann mal die flügel hier dran machen der hier 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 drüben ja seht ihr das hier ist auch so eine form drin damit ihre flügel richtig an bringt also der kommt definitiv hier rein sag einmal okay dann der andere flügel so rein ja sehr schön und so sieht es aus als ob sich haki tatsächlich auch seinen flügeln hier auf stützt super ja das ist doch nicht schlecht das ist natürlich viel zu klein und ja der drache ist transparent da knallen dir die massiv gegossenen flügeln extrem entgegen aber ich finde es irgendwie cool so jetzt pass mal auf probieren wenn ich nach hinten drücke dann flattert der mit flügeln guckt euch an nach vorne leuchten nach hinten flattern ist ja cool das ist doch eine super actionfigur ich meine für ein happy meal hallo du gibst hier für spin master drachen haufen geld aus und da ist die action sind wir mal ganz ehrlich auch nicht besser teilweise oder das ist doch das ist doch cool sag ja damals 2010 hätte ich wahrscheinlich keine ahnung die figuren aufs übelste beschimpft heute muss man sagen mein gottes ist das ist nostalgie pur auch hier oben sieht man schön leuchten du mal das licht noch mal ein bisschen auf die seite dann sieht man das einfach noch mal ein bisschen besser leuchten schön ich finde es auch klasse wie das dann so verglüht irgendwie so kurz in wut mit einem bowler sieht man hier kurz hakenzahn aufleuchten und das vergeht dann wieder und vor lauter aufregung flattert er dann auch noch ein bisschen mit den flügeln der wahnsinn wow also ich bin wirklich positiv überrascht denn haki hat hier wenn ich hier auch noch die flügelchen messe immerhin eine breite von 13,5 cm leute das ist doch der knaller so und daneben stelle ich dann auch noch die beiden links sturm pfeil in der mitte hakenzahn rechts ohne zahn natürlich jeweils mit hicks und astrid haki hat keinen reiter on board rotzbacke hockt wahrscheinlich faul zu hause rum also toll tolle spielzeugfigur die immer noch leuchtet nach dieser zeit also das haut mich jetzt echt weg das ist meine überraschung des tages ich hätte wirklich nicht gedacht und was ich hier auch gerade noch sehe hakenzahn hat zwei unterschiedliche beine seht ihr das dieses bein steht ganz gerade nach vorne und dieses bein ist ein bisschen angewinkelt hat es jetzt verdreht ne das hat es nicht verdreht das ist absichtlich so übrigens ne innen kann man sehen hohl ja die welt wurde zum glück wieder gerettet hohle beine der knaller naja okay aber wunderbar man kann die batterie auf jeden fall hier ersetzen das finde ich super es ist auf jeden fall kein wegwerf spielzeug der hammer leutchen mehr denke ich mal muss ich dazu gar nicht sagen ich gucke dass ich die anderen drachen auch so schnell wie möglich abdrehen kann damit ihr die einfach noch mal anschauen könnt ja ansonsten ich bedanke mich bei euch fürs reinschauen schreibt mir gerne in die kommentare ob euer hakenzahn auch noch so toll leuchtet wie super cool ich finde es so der hammer ansonsten ihr wisst ja batterien könnt ihr auswechseln zumindest bei meiner figur hier ja dann sag ich tschüsschen winke winke bis zum nächsten mal euer hopi